Wow. Im ersten Moment dachte ich, das wäre ein Best-Off von dir. Puh. Das... Okay. Ja, okay. Okay, unrein. Tüt, tüt. Er hat es überlebt. Ein Macher. Ein Macher. Oh, der ist der Bart erst. Das hier kann ich halt schön durchzaunen, Junge. Und tschüss. Oh, der hat seine Zigarre aber nicht unter Kontrolle gehabt. Oh mein Gott. Das wird sehr interessant am Wochenende. Und der Mercedes ist so, ach du, ich fahr jetzt da einfach mal rein. Safe? Safe? Boah! Bänger! Ich glaube, der hat keinen Bock mehr gehabt. Das sah so aus, als hätte er keinen Bock mehr. Nope. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr gehabt. Nö. Das war eben nix. Oh, no. Wow. Nekro. Im ersten Moment dachte ich, das wäre ein Best-Off von dir. Puh. Das... Okay. Ja, okay. Da waren, glaube ich, die Pedale aus. Oh ja, du bist wenigstens um die Kube rum. Puh. 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 Das sieht mich schon wieder so nach einer halbfeuchten Strecke aus. Kann das sein? Puh. Oh, der war aber schnell. Wie, der hängt? Hey, Spa ist wirklich einfach... Es ist eine tolle Strecke. Sag ich... Hab... Also, ist es wirklich. Aber es ist absolutes Moloch. Es ist absolutes Moloch im Simracing. Da trifft sich die Crème de la Crème des... Ich kann Camel Straight einfach nicht geradeaus fahren. Ich krieg's nicht hin. What the actual fuck? Fuck. What the fuck? Oh, no. Schön abgestellet. Ich freu mich auf Indy 500 am Wochenende. Hätte kurz werden. Klassiker. Der absolute Klassiker. Der absolute Klassiker. Ich sag's euch, wie es ist. Klassiker. Einfach nur ein Klassiker. Das erinnert mich an den Nordschleife-Rejoin heute. Ha, von dem KTM. Der muss auch richtig im Schrank gepennt haben, Junge. Ha, ha, ha. Ich find das auch immer total erfrischend zu sehen, wo Menschen denken, dass sie überholen können. Ich find das immer wieder erfrischend. Wo du halt selber ganz genau weißt, in der Kurve, naja, ist vielleicht jetzt nicht so eine fantastische Idee. Naja. Oh, no. Oh, tschüss. Boah, alter, der das auf Bathurst fah- Okay. Zauberer? Was ist hier los? Hi, Morty Oh, 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 oh Bunches Nope Das sieht wie ein Big One aus Ja, wollte einer, glaube ich, die Formel 1 sagen Boah, warum ist das immer so unterschiedlich laut? Ähm, ja Oh, was für ein Scheiß Oh nein, sag mir bitte nicht, der entsorgt den Oh, bitte sag mir nicht, dass der den entsorgt Ich sollte eigentlich sofort einen Permabann kriegen Wirklich sofort einen Permabann Instant weg, raus Nie wieder Woran hast du das erkannt? Es gibt so manche Menschen, die können das nicht so, äh, gut ab Wenn sowas passiert Weil bei denen, in deren Köpfen Können Fehler nicht, also passieren Das hier Also sowas wie beispielsweise der Audi Der ist jetzt weit nach außen gefahren Ich gehe mal davon aus, dass der Audi irgendwas in real life gemacht hat Und der Clip lief noch weiter Und das ist meistens so ein Indikator, dass jemand, äh, so Dass ihm da ein bisschen die Sicherung durchgeknallt ist Und das sollte eigentlich instant Permabann sein Forever Oh, net Code des Todes Net Code des Todes Boah, die Autos sind auch geil Die klingen auch so schön Okay Und sie fahren sich beide gegenseitig rein Ich krieg die Tür nicht zu, ey Oh, no Bisschen verbremst mit der Banane Nee, war auch jetzt nicht so ein guter Rejoin Ich gehe gerade, ey Oh, Mann, ey Oh, Mann Oh, Tschüss Tschüss Ja Tschüss Ey, Suzuka macht gar keinen Spaß in iRacing Wirklich nicht Also, die Leute, die das sehr gut fahren können Hut ab Sag ich, wie es ist Oh, Hut ab Ich muss nachher mal gucken, wo man LMP3 fahren kann Was da für eine Strecke dran ist Habe ich auch mal Lust drauf Oh, warte mal Gibt es LMP3 in Multiklas? Oh Sag mir bitte nicht, dass das D oder C ist Das wäre ja Gott Oh, nein Haha, beim Rausfahren Oh, nett Kot Ei, Karamba Und Tschüss Hahaha No Oh, der ist aber gut Gut gemeint Alter Auf einmal aus dem Licht, Junge Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Ich weiß halt echt nicht, wie gut man solche Autos bremsen kann Und du bist so schnell mit den Apparaten Oh, no Jackson Oh, okay Komplett installiert, Junge. Na, kannst du dich noch saven? Hast du den Rückwärtsgang drüber so... Oh nein, jetzt steckt der... Nee, doch nicht. Okay. Ich hab gedacht, der steckt fest. Lebst du? Was machst du? Oh no, ich ahne einen bösen Rejoin. Nee? Oh? Okay. Was? Nope. Okay, der hat mich wirklich richtig gekillt. Kann mir das doch mal sehen? Der hat mich wirklich komplett gekillt. Oh, zuerst mal rückwärts durchs Ziel fahren, Alter. Wahrscheinlich war es auch die letzte Runde und letzte Kurve. Hat er sich gesagt, komm, scheiß drauf. Oh, fantastische Folge. Fantastische Folge, Mann. Oh, schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.